Herzlich Willkommen bei der 8 Stufen zum Verkaufserfolg-Webinar Akademie. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Nikias Trippold. Ich bin einer der VBC-Gründer und dort geschäftsführender Gesellschafter und Verkäufer aus Leidenschaft. Sie haben es bei diesem Webinar mit dem Richtigen zu tun. Ich bin nämlich gleichzeitig auch der Autor dieses Themas, dieses Trainingsthema. Ja, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, jetzt tauchen wir ein in die Welt der Kommunikation. Und wenn es schon um Kommunikation geht, dann möchte ich etwas auch sagen oder mit Ihnen teilen. Für mich ist es an sich selbstverständlich, aber der eine oder die andere wünscht sich, dass man es ausgesprochen hat. Natürlich sind bei den VBC-Webinaren immer beide Geschlechter angesprochen. Der Einfachheit halber möchte ich einfach nur eine Variante verwenden. Liebe Trainingsteilnehmerinnen und Trainingsteilnehmer, herzlich Willkommen zu Ihrer Techmasters VBC-Verkaufsausbildung. Wir befinden uns hier in der Techmasters-Zentrale. In den Transia-Phasen zwischen den Trainings können Sie möglicherweise selbstständige Medien nutzen. Sie werden auch ein Coaching-on-the-Job, also direkt mit Ihrem Kunden bzw. Führungskräften Gespräch bekommen. Wichtig ist, dass Sie jene Medien nutzen, mit denen Sie persönlich am besten lernen können. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.